Ich bin aus den Vereinigten Staaten. Mein Deutsch ist nicht die Beste. Allerdings glaube ich, dass ich noch sie eine wichtige Botschaft vermitteilen kann. Diese Mitteilung befasst sich mit Dingen jenseits dieser Welt über dieses Leben hinaus. Sie sind klug, wenn Sie über alle Religionen in der Welt gedacht haben und Sie fragen sich, wie jemand könnte, als er kurzig zu glauben, dass Ihre Religion ist die einzige, die Rettung zur Verfugung stellen können. Da ich nicht sehr gut Deutsch sprechen kann. Natürlich. Ich bin aus den Vereinigten Staaten. Ich werde diese Botschaft kurz und einfach. Wenn Sie Englisch verstehen, erfahren Sie mehr unter www.a-a-l-a-v-e-s-m-i-n-i-s-t-r-i-e-s-punte, www.a-a-l-a-v-e-s-m-i-n-i-s-t-r-i-e-s-dot-org. Wenn Sie nicht Englisch verstehen, dann sind Sie nicht ihre Sprechen. Sie sollten sonst auf ihrem Platz in der Welt und ihr Wissen über die Welt. Jedoch glauben viele, dass Europa im Niedergang befindet. Es ist ein Weg, um den Niedergang zu stoppen. Sowohl die Vereinigten Staaten und Europa. Viele von uns sind aus dem gleichen Blut. Alle zusammen. Wir brauchen eine geistige Widerbelebung. Oder der Belebung. Wie kommt es, dass es nur einen Erlöser gibt? Es ist, weil das Wort Gottes so sagt. Wenn Sie waren jung und Sie gefragt, warum Sie Ihr Schlafzimmer reinigen müsste, tat Sie immer sagen, weil ich gesagt, die Bibel ist das Wort Gottes. Die Bibel ist das Wort Gottes. Und da die Bibel das Wort Gottes ist, dann müssen wir glauben, wenn die Bibel uns sagt, dass es kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen mit dem ein Mensch kann, außer Jesus Christus errettet werden gegeben. Nein, nicht eins. Jesus Christus. Nicht eins. Jesus Christus, ja. In Johannes 3 und 15 heißt es, dass jeder, der an Christus glaubt, er weges Leben habe. Oder Johannes 3 und 16 Staten Gott die Welt so zerliebte, dass er seinen Sohn, der ein Siegaltig gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht so, die weige, die weige, die Kehrheit, sie gründe gehen, sohn der ihr weiges Leben habe. Ihr weiges Leben habe. Johannes 3 und 18 besagt, dass wer in ihm, in ihm, Christus glaubt. ist nicht beherrteilt. Aber wer nicht glaubt, schon beherrteilt worden hat, weil er nicht in der einzigartigen Person des Sohnes Gottes gebläut hat. Beherrten sie, glauben wir die Maul, wie die Hoth in diesem Vers. Keine Werke werden hinzugefügt, um zu glauben. In der Religion ist es die Grundlegenden Meiter, Meiter, ich bin also für einigen Staten, Meiter, nicht Meiter, Meiter. Eins, eins mal, Johannes 83 besagt, dass wer in ihm, Christus glaubt, ist nicht beherrteilt. Aber wer nicht glaubt, schon beherrteilt worden hat, weil er nicht in der einzigarten Person des Sohnes Gottes geglaubt hat. Beherrten sie, glauben wir, dreimal Widerhut in diesem Vers. Keine Werke werden hinzugefügt, um zu glauben. In der Religion ist es die Grundlegenden Mieter, Mieter, die man umarbeiten muss gespeichert, werden, werden, werden oder einem Zustand des Nirvana zu erreichen. anderen sagen, dass sie marijuana brauchen müssen. Nein, marijuana brauchen müssen nicht. Du hast Jesus Christus Christus junk. Aber das Wort Gottes sagt in Johannes 3, 36, Wer an den Sohn glaubt, hat ein Weges Leben, aber er will nicht glauben, Leben nicht sehen, aber den Sohn Gottes blieb auf ihm für immer. Die Bibelstaten in Apostelgeschichte 16 und 31 glauben an den Herrn Jesus Christus und sie werden gespeichert. Beachten sie, dass der Befehl ist zu glauben, es wird nichts hinzugefügt. Die Bibel sagt in Gelähter drei 26 für sie alle Kinder Gottes durch glauben in Christus Jesus Sinn. Kinder, du bist Kinder, Gottes Kinder. Warum? Glaube, 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 Glaube. Die Bibel sagt in Römer 3, 28, denn wir behaupten, dass ein Mensch durch den Glauben abgesehen von den Werken des Gesetzes gerechtfertigt ist. Römer 4, 4 und 5 Die Bibel besagt nun, derjenige, der arbeitet für Rettung, seinen Lohn, nicht auf der Grundlage der Gnade, aber nicht auf der Basis, wann Schulden berechnet werden, aber ihm funktioniert nicht für Rettung, sondern glaubt an ihn, glaubt. Der den Gottlosen rechtfertig seinen Glauben erhält, Gutschrift für Gerechtigkeit. Ich habe für Deutsche Unternehmen in den USA gearbeitet, ja, arbeitet, Deutsche arbeitet, Deutsche arbeitet ist, ist arbeitet, arbeite, arbeite, USA arbeite ist, aber Deutsche arbeitet, 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 ja, oder arbeite, ja. So, Römer vier, vier und fünf, die Bibel besagt nun, derjenige, der arbeitet, vor Rettung, seinen Lohn, nicht auf der Grundlage der Gnade, aber nicht auf der Basis von Schulden Berechtung werden, aber ihm funktioniert nicht für Rettung, sondern glaubt an ihn, sondern glaubt an ihn. der den Gottlosen rechtfertigt seinen Glauben erhält Gutschrift für Gerechtigkeit. Und einmal, ich habe für deutsche Unternehmen in den USA gearbeitet, Ich, das ist ich, nein, ich bin aus USA, dieses nicht, nicht, sein Glauben erhält Gutschrift für Gerechtigkeit. Ich habe für deutsche Unternehmen in der Welt, so dass ich denke, dass es wäre zu glauben, dass sie können, ohne zu arbeiten gerettet werden, aber das ist wahr, sein Kunte. Einige Amerikaner verstehen dies und zum Leben in die falsche Richtung an Wenden. Haben sie schon einmal von einem faulen Amerikan, aber sie funktionieren nicht nach dem ewigen Leben. Offensichtlich sind wir aus irgendeinem Grund und Supermacht. Äh? Ja, Supermacht. USA, Supermacht. Warum? 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 Ich habe keine Ahnung. Ah, ich habe Ahnung und und es ist ich bin aus Vereinigten Staaten. So, ich weiß, dass die Deutschen haben die beste Arbeitsmoral der Welt, ja, sodass ich denke, dass es schwer zu glauben, dass sie können, ohne zu arbeiten, gerettet werden, aber dass es wahr sein konnte, einige Amerikaner verstehen, dies um zum Leben in die falsche richtung anwenden, haben sie schon einmal von einem fallen Amerikan? Can I start over? Okay. I'll do it downstairs if you're all bored. I'm bored. You're bored. I am bored. Bores. Why don't you wait until Dad goes downstairs to go watch TV downstairs? Because why? Because why? What I'm saying to these people is extraordinarily important. I'm I'm going to going to you see. I'm going to one can't see. Like off at where you can't see. You Vielen Dank.